Musik Jo Leute, ähm, ihr könnt mir gerne in die Kommentare senden, was ich machen soll, weil ich hab eine Videoidee in der Russland, weil, ähm, ja, ich kann ja nicht jeden Tag ein Video mit Chico aufnehmen. Aha, und, ja, ganz, 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 drei Jahre später, ganz kurzes Video, und ja, ciao.